Guten Tag alle. Meistens, bevor ich dieses Video mache, werde ich schreiben, was ich sagen wollte. Aber heute werde ich nur sprechen ohne Text. Deshalb kann ich mein deutsches Sprechen verbessern. Diese ist Woche 6 und wir haben die Aufstellung der enttatteten Kunst studiert. Was ich finde vielleicht lustig ist, dass die Nazis und Goebbels hatten diese Aufstellung. Wenn die Kunst enttattet oder verboten wird, dann verstehe ich nicht, warum es diese Aufstellung gibt. Das war meine große Frage für die Woche. Es gibt viele Regeln für die Kunst und für Jazzmusik. Aber ohne die Nazis hat fast alles zerstört, die Kunst. Aber es gibt auch diese Aufstellung, um das Publikum diese Kunst zu sehen, bevor es zerstört wurde. Ich weiß nicht. Ich helfe nichts Lots. Giate fits. 19. 20. 20. 22. 23. 23. 22. 24. 27. 23. 23.